Hallo und herzlich willkommen zu Plenum TV, das Magazin hier aus dem Bayerischen Landtag. Heute begrüße ich Christine Kamm von Bündnis 90 Die Grünen und Klaus Holecek von der CSU. Schönen guten Tag. Frau Kamm, fangen wir mit Ihnen an. Sie sind ja in Dachau geboren und leben jetzt in Augsburg. Sie sind Diplomökonomin und Geschäftsführerin einer gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft und seit 1983 Mitglied ihrer Partei. Sie waren zuerst Stadträtin und dann Fraktionsvorsitzende in Augsburg und sind jetzt seit 2003 im Bayerischen Landtag tätig und da Mitglied des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend, Familie und Integration und des Mitglied des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen. Richtig. Herr Holecek, Sie sind ja in Landshut geboren, sind jetzt in Memmingen, sind auch für den Stimmkreis Memmingen hier im Bayerischen Landtag tätig seit 2013, also genau seit einem Jahr. Sie sind ursprünglich Rechtsanwalt und erster Bürgermeister der Stadt Bad Wörishofen gewiesen, kamen 1981 zu der Jungen Union, ein Jahr später dann zur CSU. Genau, und Sie sind jetzt hier Mitglied des Ausschusses für Gesundheit und Pflege und Mitglied des Ausschusses für Wirtschaft und Medien, Infrastruktur, Bau und Verkehr, Energie und Technologie. Genau. Dann frage ich Sie doch gleich mal zum Thema Infrastruktur, Bau und Verkehr das Thema Maut. Das brennt ja momentan immer noch unter den Nägeln. Alexander Dobrindt ist dafür, Horst Seehofer ist dafür und auch Angela Merkel hat sich für die Maut ausgesprochen. Wie ist denn jetzt der Stand der Dinge? Also Sie werden sich nicht wundern, dass ich auch dafür bin. Und ich glaube, die Maut wird auch kommen und ich halte das jetzt für eine Diskussion, die ein bisschen absurd ist, weil wir jetzt auf den Gesetzentwurf warten und es ist klar, dass wir in die Infrastruktur investieren müssen und dass die Mittel, die durch die Maut eingenommen werden, auch da reinfließen werden. Deutschland ist Transitland Nummer eins und es ist nicht nachzuvollziehen, warum da nicht auch eine sozusagen nutzungsbedingte Infrastrukturabgabe erfolgen sollte. Und ich glaube, wir warten jetzt mit Gelassenheit auf den Gesetzentwurf, werden den diskutieren und ich bin überzeugt, dass wir dann eine Maut haben, die letztlich für uns wichtig ist und die uns in der Infrastruktur nach vorne bringt. Frau Kamm, Experten haben jetzt jüngst diese Mautpläne als positiv angesehen, also auch vor dem Europäischen Gerichtshof als zum Durchbringen angesehen. Wie stehen Sie dazu? Also bis jetzt hat noch niemand darlegen können, dass diese Maut tatsächlich mehr einbringt, als die Erhebung derselben kosten wird. Deutschland ist auch nicht Transitland Nummer eins, das sind andere kleinere Länder in der Mitte von Europa. Und wir glauben, dass man durch die Maut eine riesen Bürokratie aufbaut, die mehr kostet, als die Maut einbringt. Wir glauben auch, dass die Infrastruktur gerade im Straßenbereich relativ weit gediehen ist. Wir sind der Meinung, wir brauchen zwar Erhaltungsinvestitionen in Straßen und in Brücken, aber nicht den Straßenneubau. Hier haben wir in der Vergangenheit leider gerade auch in Schwaben zu viel des Guten getan. Also wenn wir als Wirtschaftsstandort vorankommen wollen und das weiter auch deutlich machen, dann müssen wir in die Infrastruktur investieren. Und im Vergleich zu anderen Ländern, glaube ich, haben wir da auch einen Nachholbedarf. Das geht für die Infrastruktur insgesamt, schließe ich die Bahn mit ein und andere Bereiche. Und ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir da wirklich auch mal einen Quantensprung nach vorne machen. Und ich kann nur noch mal sagen, wir zahlen das ja in Deutschland mit unseren Steuern schon auch mit, die Infrastruktur, deswegen ist es auch gerechtfertigt, dass man hier ein anderes Modell auflegt. Und ich glaube, jetzt sollten wir erst mal abwarten, wie der Gesetzentwurf ausschaut, das dann sachlich diskutieren und dann werden wir ein Ergebnis haben, von dem wir alle profitieren. Also mich wundert natürlich schon, wenn nach so herren Ankündigungen, die bereits vor einem Jahr für die PKW-Maut getroffen worden sind, jetzt immer noch kein Gesetzesentwurf vorliegt. Und das zeigt mir natürlich schon, dass hier erhebliche Widerstände und Schwierigkeiten zu überwinden sind, um genau dies zu tun, was versprochen worden ist. Und zeigt natürlich auch erhebliche Realisierungsschwierigkeiten. Ich glaube einfach, dass man hier das sachlich und wirklich intensiv diskutieren muss. Sie kennen ja das Thema Europarecht und auch die Bereiche, die mit eingebunden werden müssen. Und ich denke, da ist jetzt das Jahr gut investierte Zeit, wenn man nachher einen Gesetzentwurf hat, der stabil ist, der hält und der auch tatsächlich das bringt, was wir von ihm erwarten. Also mir geht es eigentlich so, dass ich versuche, vorher diese Fragen zu klären, bevor ich praktisch bestimmte politische Forderungen und Versprechungen äußere. Frau Kollegin, Sie wissen doch gerade, dass in Europa das ein sehr komplexes Thema ist. Wir haben das doch heute überall im Beihilferecht. Und gerade wenn man aus der Kommunalpolitik kommt, dann weiß man doch, wie facettenreich das Thema ist. Und ich glaube, da muss man einfach die Dinge auch langsam mit einbringen und muss sie dann so diskutieren, dass sie nachher auch nicht mehr angreifbar sind. Und da mahlen die Mühlen auch in Europa manchmal langsamer, als wir es uns wünschen vielleicht. Aber eigentlich könnte man die strittigen Fragen vorher klären, bevor man große Versprechungen äußert. Aber Sie wollen sich ja grundsätzlich nicht vorkommen. Das ist ja nicht Ihr Thema. Sie sind ja gegen die Maut insgesamt. Genau. Also von daher ist das ja ein Scheingefecht, was Sie hier führen. Auch wenn ich Versprechungen äußere, dann kläre ich vorher die Realisierungschancen. Schauen Sie, es steht im Koalitionsvertrag drin. Es wird kommen. Und ob es jetzt einen Monat früher oder später kommt. Wir werden sehen. Schauen wir mal. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Bleiben wir auf Europa, auf der Europaebene, beziehungsweise kommen wir zur Asyl- und Migrationspolitik. Frau Kamm, eines Ihrer Themen, wenn man mal Ihre Homepage betrachtet, da sind Sie stark engagiert und auch unzufrieden mit der derzeitigen Politik. Wir haben seit 2009 gefordert, mehr Erstaufnahmeeinrichtungen in Bayern zu schaffen. Das wurde erst immer abgelehnt. Dann anschließend hat die neue Sozialministerin angekündigt, dass sie solche einrichten will. Aber sie werden erst 2015, 2016 zu kommen. Also man hat zu spät angefangen zu handeln und man handelt jetzt viel zu langsam. Das ist das Problem. Ich bin in dem Zusammenhang auch sehr froh über die Haltung der Stadt Augsburg, die jetzt gesagt hat, wir gehen das Thema an, wir bauen eine weitere Erstaufnahmeeinrichtung in Augsburg, auf dem Augsburger Stadtgebiet und dass das auch sehr einmütig mitgetragen wird. Wir haben die Situation, dass wenn man die Nachrichten anschaut, dass wir einen furchtbaren Bürgerkrieg nicht allzu weit von uns entfernt haben, der seit drei Jahren wütet, der dazu geführt hat, dass über acht Millionen Menschen auf der Flucht sind, dass auch von den IS-Terroristen auch Flüchtlingslager angegriffen werden, dass viele Menschen aus ihrem Leben gerissen sind und wirklich nicht wissen, wohin und wie sie praktisch ihre Zukunft weitergestalten sollen. Und ich finde, wir müssen uns da mehr engagieren. Inwieweit ist es denn möglich, jetzt als Regierung von Bayern zu handeln, zu reagieren? Es gibt ja momentan nur diese zwei Aufnahmeeinrichtungen. Die eine, die Bayernkaserne in München, die wurde sogar kurzfristig mal geschlossen, hatte einen Aufnahmestopp. Da gab es auch einen Masernausbruch. Zierendorf ist ebenfalls völlig überfüllt. Wie reagiert man? Also das Kabinett hat ja jetzt umfassende Beschlüsse gefasst, die wirklich, glaube ich, deutlich machen, dass wir das Thema sehr ernst nehmen. Es ist ein humanitäres Thema und dem müssen wir uns auch stellen. Ich glaube, dass manche Entwicklungen in dieser Art und Weise nicht so vorhersehbar waren, wie sie uns jetzt getroffen haben. Ich glaube auch, dass wir insgesamt in den politischen Diskussionen die Wanderungsbewegungen dieser Welt noch gar nicht absehbar für uns erkannt haben, was da auf uns zukommt. Das ist tatsächlich eine große Aufgabe, eine große Aufgabe auch für die Kommunen, für die Landkreise. Und ich weiß schon als ehemaliger Bürgermeister, von was ich da spreche. Es werden neue Erstaufnahmelager jetzt geschaffen. Die Kapazitäten werden erhöht, sodass dann bis zu 23.000 neue Asylbewerber aufgenommen werden können. Es wird ein runder Tisch eingerichtet. Es werden, glaube ich, in einem Maßnahmenpaket schon vielfältig jetzt Dinge auf den Weg gebracht, die dazu helfen, dass wir das Thema bewältigen. Aber ich will nicht verhehlen, dass wir da vor einer Herausforderung insgesamt stehen, die uns lange noch beschäftigen wird und die weit über den Freistaat hinausgeht. Die Ursachen und Probleme liegen ja auch woanders. Das ist ein Thema auch der Entwicklungshilfepolitik. Eine Frage, wie gehen wir mit diesen Fragen um? Und ich glaube, es ist auch ein Thema von Europa letztendlich, den sich auch die europäische Politik noch in einem Maße anders stellen wird müssen, als es sich jetzt hier abzeichnet. Am kommenden Dienstag ist, glaube ich, ein Ausschuss für Arbeit und Soziales so eine Sondersitzung. Was erwarten Sie sich davon, Frau Kamm? Also, ich erwarte, dass diese Ankündigungen, die vorgestern geäußert worden sind, wesentlich konkreter kommen. Das war ja etwas nebulös, wo und wie die zusätzlichen Kapazitäten geschaffen werden sollen. Ich erhoffe mir zudem, dass mehr passiert, dass auch mehr an den untauglichen Rahmenbedingungen, beispielsweise im Bayerischen Aufnahmegesetz, zur Disposition gestellt werden. Denn Bayern ist ein Land, das Flüchtlinge mehr und länger als andere Bundesländer dazu zwingt, beispielsweise in Gemeinschaftsunterkünften wohnen zu müssen. Woanders können die eben vor vier Jahren, wenn sie es schaffen, eine Wohnung zu finden, ausziehen. Auch das ist ein Punkt. Und Bayern, denke ich, sollte auch mehr tun, um Asylsozialberatung einzurichten und um auch dafür zu sorgen, dass die notwendige Gesundheitsvorsorge auch sichergestellt wird. Dass diese Katastrophe jetzt in der Bayernkaserne passiert ist, dass hier ansteckende Krankheiten ausgebrochen sind, hat ja damit zu tun, dass seit über zwei Monaten, mindestens, also seither verfolge ich es, nicht ausreichendes medizinisches Personal vorhanden ist. Und die Flüchtlinge, die ja zum Teil geschwächt nach so einer langen Reise zu uns kommen, nicht, bevor sie mit anderen zusammenverlegt werden, in Massenschlafsälen auf ansteckende Krankheiten untersucht werden. Diese Untersuchungen finden oft erst acht Tage nach deren Ankunft statt. Und das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Da musste man damit rechnen, dass das genau so passiert. Also ich weiß nicht, ob alles immer so vorhersehbar ist, wie Sie es jetzt skizzieren, aber wir müssen dem Thema von der Qualität her, wir haben es ja nicht nur in einer Ausschusssitzung, sondern es wird ja auch im Plenum behandelt. Das heißt also auch an ganz prominenter Stelle dort diskutiert werden. Was für mich auch wichtig ist, ist die Einbindung dort, wo die Asylanten sind, auch in die Bevölkerung. Ich erlebe da sehr viele positive Beispiele, will das auch mal sagen, von großartigem ehrenamtlichen Engagement, wo die Kirchen und andere sich engagieren und versuchen auch einen Beitrag zu leisten, wie man da integrieren kann. Das darf man auch nicht vergessen. Ich würde mir auch wünschen, dass die Landkreise noch etwas stärker mit einbezogen werden, dass man dort auch noch mehr Kompetenz in manchen Bereichen hat. Das ist ein Thema, das mir auch die Landräte immer wieder aus der Kommunalpolitik widerspiegeln. Also es gibt dort einige Herausforderungen zu bewältigen, aber ich bin überzeugt, dass es nächste Woche auch in dieser Plenarsitzung gelingen wird, das Maßnahmenpaket noch mal ausführlich darzustellen und dass wir uns da einen Sprung nach vorne bewegen. Also was ich eigentlich schon erwarte, auch von den Landkreisen, die sind ja sehr unterschiedlich engagiert. Also manche stellen sich schon noch etwas taub, andere engagieren sich. Also da gibt es eine sehr unterschiedliche Bereitschaft, auch nach geeigneten Unterkünften zu suchen. Und das gilt natürlich auch für Gemeinden. Aber nicht in Schwaben, oder? Auch in Schwaben, auch in Schwaben, muss ich sagen. Auch in Schwaben? Wo denn zum Beispiel, Frau Klug? Also es ist so, dass im Prinzip in den letzten zehn Jahren der 70, 80 Prozent der Asylbewerber von der Stadt Augsburg aufgenommen worden sind und erst jetzt praktisch in den Landkreisen mehr Asylbewerber aufgenommen werden. Das war aber auch nicht zu Lasten der Stadt Augsburg, sondern ich denke, Stadt Augsburg hat da eine sehr gute Arbeit geleistet. Also ich kann nur aus den Gesprächen mit den Landräten in der Region reden, dass dort schon ein sehr großes Bemühen ist, Rahmenbedingungen zu schaffen, was nicht immer einfach ist, weil auch die Zuweisung ja schnell erfolgt. Und man muss dann schauen, wie man die Unterkünfte hat. Das geht ja auch nur im Benehmen dann mit den Kommunen teilweise. Ja, ja. Und da haben wir natürlich sehr unterschiedliche Antworten. Und wie gesagt, die Bürgermeister sind alle bemüht, das auch vernünftig zu machen. Aber es muss auch so sein, dass es zu bewältigen ist, auch in kleineren Ortschaften, dass das auch dann Verhältnisse sind, wo man Akzeptanz sieht und wo man dann, was ich vorher gesagt habe, auch das Ehrenamt mit integrieren kann, dass das auch vernünftig ist dann für alle Beteiligungen. Also was ich erlebe, ist, dass das Ehrenamt sehr stark da ist. Und das Ehrenamt ist auch im Prinzip das freundliche Gesicht für die Asylbewerber in Bayern. Und dass es an denen nicht scheitert. Nein, nein. An denen haben wir es nicht. Und das ist sehr, sehr positiv. Ich denke, an der Stelle können wir uns auch wirklich für die ehrenamtliche Arbeit in den verschiedenen Gemeinden absolut bedanken. Da passiert Hervorragendes und auch in vielen Gemeinden passiert Hervorragendes. Und ich wünsche mir einfach, dass man das insgesamt breiter und gemeinsam trägt. Weil man muss sehen, wenn heuer 30.000 Flüchtlinge nach Bayern kommen, Bayern ist ein starkes Land mit 12 Millionen Einwohnern, das ist zu bewältigen. Das können wir schaffen und hierzu zu tun, als wäre das eine unlösbare Aufgabe. Das ist sicherlich nicht korrekt. Ich glaube, das tut auch keiner. Lösbar ist das sicher. Es ist eine Herausforderung, die man gemeinsam als gesamtgesellschaftliche Aufgabe bewältigen muss und angehen muss. Und ich glaube, da sind jetzt auch die richtigen Signale aus dem Kabinett gekommen. Und wir werden ja die Chance haben, das im Landtag dann gemeinsam zu diskutieren. Dann bedanke ich mich bei Ihnen, Christine Kampf von Bündnis 90 Die Grünen und Klaus Holecek von der CSU, dass Sie heute da waren. Gerne. Und das war auch schon wieder Plenum TV, das Magazin für Schwaben. Das war auch schon wieder. Untertitelung des ZDF, 2020